Hallo und herzlich willkommen, zurück zu Minecraft Minigames. Wir spielen Dragons of Sky Village und mit dabei ist, wo ist er, wo ist er, da ist er, der Dustin. Hä, wo, ah, hallo. Hallo. Komm, ich fick dich in den Arsch. Hock dich in, sprükschrift. Ah, 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 ah. So, los geht's, wir spielen Dragons als erstes. Ja, ähm, nein, nicht die Sicht. So. Natürlich ist er jetzt erstmal mein Feind. So. So, du, da. Aber Dustin kennt schon ein paar Spiele, weil ich denen die am Wochenende gezeigt hab. Ja. Alter. Da kommen sie, oh Gott. Der hat's auf mich abgesehen. Ja, klar, weißt du, direkt ich werd gefickt hier als erstes, weißt du. Aber er hat mich nicht getötet. Bist du tot? Ne, tot nicht, aber der hat mich schon mal gesehen hier. Der hat mich, oh ey. Ich steh auf dem Haus, aber der hat mich nicht getroffen. Zum Glück. Ich hoffe, ich mach das wie gestern, der eine Ding, ey. Alter, hab ich mich schon gut gerettet, ey. Dreimal, dreimal auf so ein Blockfeld. Alter, ich muss mal kurz die Soundoption runterstellen. Na, alter, 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 sauber. Alter, 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 alter. ы Hat der mir ein mitgegeben, leck mir eine Eier. Ja. Ah, okay, da hat er, da war mal da gefällt. es gibt gar keinen Punkt mehr mehr ich will auch hier nur noch irgendwo scheiße na das ist die drachen nein ich bin tot ja ich bin tot ich bin tot Patrick wo bist der white mc da ich werde nicht du bist tot du bist tot dann geht immer noch weg man schien die ab es wird wenn man ein paar Notär ich meine Taktik spielen ich muss neben mir so sich verpissen du lockst die drachen an und ich hab ja genau du nicht fahrgäst mich das ist ja auch mein Platz statt hier zuerst ich stand hier als erstes Baba alter der Welt fassen du bist tot es gerettet Alter job geld jetzt fall d bis h Nein! Nein! Ach, Mann, obwohl ich nur Zweiter wegen dem Wichskinder Du hättest zuerst sterben müssen Ah, gaga So, jetzt springen wir mal als nächstes hier Was haben wir denn da? Äh, da baut sich der grad auf Ja Turf Wars Ach so, dann war dieses Bogenschütz in Bauzeit Och, nee Das ist geil Lass mal zusammen im Blue Team gehen Lass mal gucken, dass wir zusammen im Blue Team kommen Ja, wie das denn? Hier, bei den anderen Schafen, hier Hier Dann Blue Team Rechtsklick oder linksklick? Rechtsklick Alles klar Blue Team, Blue Team, Blue Team Ich glaub, da kommen wir auch rein Das wär nämlich ziemlich geil Wenn wir zusammen im Blue Team kommen Ich schlag dich auch kaputt Das ist also ne geile Funktion, Alter Jetzt hätten sie hier einen Baum müssen Totschlagen Ja Ja, ist so Hahaha Ja, ich mach ja mal ein bisschen wie der Mensch im Web, ne? Nein Schaffste nicht, warte genug Ach, meine Eltern sind zu Hause Deine Eltern sind zu Hause Alter, warum sind denn nur viele Leute hier drauf, ey? Was ist denn los bei euch? Sollen wir hier drauf kommen? Ich will zocken Kannst du mit vielen Leuten nicht zocken? Nein, du brauchst mindestens acht Oh Mann Fünf Leute Ich wundere mich schon Warum geht denn die Verkackte Zeit jetzt nicht die ganze Zeit runter? Blue Team Na komm, jetzt noch ein bisschen warten Oh, ein bisschen warten Ein bisschen warten Ein bisschen warten Ein bisschen warten Trennen wir den das hinterher und ficken wir den den Arsch Guck mal, es ist noch drei Leute Ich bin von nur alleine auf Zerber Ah, 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 ah Warum sind doch vier? Ah, jetzt vier War gerade wie eine getreut, ist jetzt hat er wieder gequittert Jetzt wird nur drei Mama Wir kommen nicht auf den Scherwald auf, weil wir wie wir stehen sind Vier Leute dreid Vier Leute Warum bleiben die Die drauf sind nicht eigentlich immer alle drauf Sechs Leute Acht Leute Hey, die Zeit kam runterlaufen Help, help, wa Blue Team Komm mal zu dir den Schafen Ich hab doch schon dreimal draufgeklickt Ja Aber falls in ein Team mehr sind dann wechseln wir da Team Blue Team so Blue, blue, you are already in blue Stand das bei dir auch? Ja Sauber Komm mal zusammen Bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam Stauschlagen Der der Creeper Ein Creeper tötet den Creeper Nö Ironics Unicorn Unicorn, ja voll Unicorn 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 für den Winnmann Quit Unicorn hat keinen Bock auf uns we are main players we are nine players ist egal das reicht auch wenn das jetzt unverfügelt wird eine team ist aber los geht's so bauzeit oder so ne erstes bauzeit und schlachten was ab aufgehen so ich mache wieder meine heiß beliebte eingangs zubautaktik so nein deck mich so wann endet die zeit in neun sekunden alles klar ok zu hoch da ruhig direkt mal gebumst ja ja ruhig direkt mal gebumst hart in den Arsch rein so alter leck mich ich habe einen daneben geschossen den habe ich du gehörst jetzt auch mir renn da nicht weg vor dem pfeil der dich töten wird sauber komm schon feuer ok da war ein bisschen schlecht über die alter nein na komm alter hätte ich doch fast erwischt komm näher komm näher komm näher komm bam junge na ah mann du der schwätschpass hier kann nix ach scheiß ich bin tot ey das ist doch scheiße ey drauf da drauf da falsch nein zwei weg eins ja klar weißt du mann die nach komm so hast ihn weg sauber ja genau den wixer hab ich ihn hab ich ihn ja ja guck mal weiß er kommt hohe und kräfte stimmt alter kommen wir verlieren grad ein lichter wurde ich kann grad nicht schießen nicht runterfallen das ist mir egal so ist bau-time ne ja kleine schutzpalisade wie schon vorbei combat time alles klar fuck jawohl hab einen bau-töte mehr ich bau noch so das noch weg das noch weg loslegen alles klar ich verpiss mich hier so einfach throw over the map ah du kleiner wichser sauber ich hab hoff ich zumindest hatte meiner war rüber da du kleine wichskind du stirbst jetzt sauber nein fick den wichser da fuck dich oh ich war so grad am konzentrieren ne boh alter ich bin so schlecht da drin ne ne fuck dich die karte ist scheiße na geht lol da bin ich richtig mal runtergefallen ich auch ach nö gib doch punkte für abzug komm du wichser du scheiß schwertkämpfer so den ersten weg komm da den auch noch weg du hast nix drauf du spassi das alles klar so jetzt brauche ich hier eine barrikade auf noch ein paar sekunden äh du spannst schon den Boden kleiner wichser tschüss ja klar weißt du boah kleiner penner und jetzt bist du dran nein jetzt verpisst du dich du wichskind ja klar weißt du du gehst weg und ich komm nach alter das kann nicht wahr sein hier schlägt hat er verlieren ne da darf ich ja nie drauf gehen so ne wichse äh treff den doch ja jetzt komm her du wichskind aber das ist ein scheiß wie man ändert das wieder klein dricks blach wenn wir keine lanes mehr haben heißt das und wenn da rechts steht wir haben nix mehr die sind schon ziemlich nah daran sauber den weg den weg den in der Mitte weg nach komm rück schon mal einen dicken Penis in den Arsch ah man alter nicht so böse werden hier steht er ja komm komm leck doch meine Eier ganz tief in deine Mutter ein vorsichtig kämpfen vorsichtig alter nein ich weiß dass ich nicht auf den anderen Turf laufen darf der Spassi da fällt ein scheiß Hero oder Ding ist ach Bullding Time ok ich mach Fall Down Time Alter wer ist das denn für eine Building Time ey ja genau ey schleudere mich zurück du Hurensohn ja gib mir Hurensohn nein ey aber wie gut die hier sind ey Toll du Mixer ja komm leck doch meine Eier hart nach nach naja schieß mich runter du Pissgesicht ok alles jetzt ist gleich ihr Ende ja kacken das Spiel hier aus hoch so du Wichser bisschen will ich noch aufräumen bisschen will ich noch aufräumen ihr klein null Pisskinder ich hab vielleicht ein, zwei Kills gemacht wenn nicht ey ach Gott stehe wie Kanton und Futter ey ja geht doch Ende besser ja du ich mein genau dich du n 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 was man solutions n 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 kürzt haben wir da super spiel was für ein ding leute die den ganzen taten füße weg machen blöcke ach so oder so mies kann ich mir nicht kaufen kauf ich mir garantiert auch nicht für 30 dollar damit ich so einen scheiß vorteil habe super spiel zu spiel zu spieler spiel alter genau grenze acht player von acht geht doch du bist dazu gekommen hey du bist ein neuer geek stinkendes scheißkind sämtliche leute beleidigen weil ich daran spaß habe na nix neues mein haus ab in den korp puzzel ding so ich bin doch kommt doch nicht mehr raus nein wirklich jeder wieder rein kommt ab in ein loch ab in ein loch höchst von weg fährt schon an ja also gleich hin jetzt nice du kleiner wixer der schlägt mich erstmal klar ein pornografisches muss können nicht nein nein äh du bist tot oh schlecht von mir ich weiß dass du schlecht bist du steigst dort nach magie nein alter alter du lässt dir auch zeit ne ja ich mach das nicht so wie du hm ich krieg keinen hunger mehr ich sollte vielleicht blöcke machen und schlag genau den unter mir weg hab ich ja nicht ich hab ja gerade andere aber da hat der wüft dann durchgekillt nein mein bochenhände meinte ich achso haha ja war doch gut total wenn du verlieren willst ja haha guckst du mir grad zu? ne du riecht jetzt uninteressant du bist es nicht wert so erstmal die lava hier raus kommen lassen so meine Freunde jetzt gibt's lava time wowo meine kleinen bitches alter leck mich du wichser geh sterben geh drauf komm 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 du kleiner wichser komm du kleiner wichser nein 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 Du bist tot. Du bist tot, Mama. Ich bin das denn und sterbe als Erster. Ich bin als Zweiter gestorben. Oh, ich komme in der Ranked List. Tja, kannst du mal sehen. Biatch. So, fliege tot. Ich habe übrigens noch Savanta hinten eine Lavasee gemacht. Sie ist auf dritter Platz White MC Gamer. Schön. Gehen wir aufs Auge. Du spielst das auch schon länger. Ach. Schon wieder Super Spliff? Nein, das wechselt jetzt. Squid Shooter? Hm, nee. Was denn? Das Spiel ist doch scheiße. Was ist das denn? Tinten verschießen. Das kann ich auch nicht ab. Ich bin einfach ultra schlecht drin. Sollten sie lieber Painball spielen. Painball ist geil. Muss ich dich zu einmal heilen? Hust. Wie genau. Ja, lass rum. Ja. Mit deinen schönen COD-Skills kommst du an. Batz, Batz und Bum. Ja, die COD-Skills bringen dir aber ja nix. Das Minecraft ist ein komplett anderes Spiel. Hat ein bisschen mehr Wert aus dem Spiel. Ich weiß, ich mache gerne COD-Skills fertig. Ja, und ich spiele das auch. Ja, ich weiß, ihr Wichser. Mama, du spielst aber COD-Skills. Du darfst das nicht fertig machen. Was ich fertig mache, warum was nicht hat, entscheide immer noch ich. Roguelow. En-En-En-En-En-En-En-En. Ich sag Processing, braucht man kein Skill aus der Dengen. Das heißt, wissenskills gemacht. Dafür auch kein Skill bis auf den Cool-füllteissgel. Aber der Brauch soll bei keiner Kulturen. schweres Maagee. Ich weiß uns jetzt, ja, ganz schlecht. Jetzt geht es auch endlich. Ich glaube, schon viel zu viel Gur Market. Der bassteckt. Der gab die Geld doesn't. Der B Oprah, she partido. Da, dann leppen die Geld mike etc. schon gar nicht mehr sehen du kannst den Chat auch ausmachen unter den Einstellungen oh der hat kein Bock jetzt da hab ich den ersten Kill geholt LOL Optionen ähm Super-Spieler-Einstellungen so Chat nur Befehle versteckt Hallo Dustin wie? BAM! jetzt kann man zocken ja, ich hab dich grad getötet ja, schön guck mal, ich bin erster grad BAM! tot! komm du Wichser, komm du Wichser, komm du Wichser ich hab dich gebummst du Pisser aber nicht mich doch, einmal, wo du afk warst ja, wie gesagt, in Hauptsitzungen und jetzt hab ich dich hart gebummst da hab ich dich hart gebummst ach komm, da wurde ich zum ersten Mal getötet naja Alter, ich bin so schlecht ja, ich bin wieder tot, jawoll oh guck mal, zwei Kanzler weg sind schau mal, Alter Leute, ich steck hier ein Ding ans Fest Alter, haben die alle eine schlechte Internetverbindung oder was ist hier los, ey? du bist da voll schlecht vor allen Dingen seh ich nix vor allen Dingen seh ich nix alles voll alles voll dunkel hier nach, komm ach, ich hab dich gebummst ich hab dich gebummst ja Alter, geh jetzt mal wieder ins Wasser rein, dankeschön mach mal, ich bleib deinen Lappen und schau ab ach komm komm, komm, drauf, 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 geht doch gib mir doch deine Mutter zum Frühstück, ey sicher, dass du die haben willst ja dann auch noch zum Frühstück, weil es mir komplett den Tag versorgen hat ja na gut, neben der Teile, ne Alter, ich treffe nicht nach komm da ist der FCB Forever der jetzt drauf geht dein Name ist scheiße ach, ich bin so schlecht, ne stirb, 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 stirb stirb sauber und weg mit dem Wichser ich brauch nur noch vier Kills die werde ich mir jetzt auch holen ich hab schon gebumst, mein Freund Alter ich seh nichts hier unten, ey ich hab wieder nichts gesehen aber nice, ja wieder nix geschehen ach, gebumst ach, gebumst ist mir egal, Saboa ist mein Konkurrent nur nicht du hängst ja nur so'n billigen Scheiß vierten Platz daheim egal dabei hast du am Wochenende den ersten Co geholt ja, kannst du mal sehen, ne mit ner rumgebrüllerein im Livestream, da ging gar nicht mehr klar schluss schluss weg alter, ich war nur enkel nur noch enkel, wo seid ihr, wo seid ihr fixer das dann komm mal her, wenn das Spiel wendet haben willst und gewann ja ihr seid alles elf Kills, mein Freund ja ja es muss schon ein Jets noch kommen es muss schon ein Jets noch kommen es muss schon ein Jets noch kommen dann hör ich auf so aufnehmen und dann mach ich wieder neu ach so aber jetzt nehm ich einfach mal durchgehend auf und schneid dann wenn das über den Begriff ist, schneid ich dann einfach hier wenn ich jetzt nen Cut machen würde, würde ich die Wartezeit in der nächsten Folge weg machen ja so bis das dann kurz vorher beginnt dann brauchst du ja nicht in der einen Folge die eine Hälfte gucken, in der anderen Folge ja eine Hälfte davon wär ein bisschen öfflich ey warte kommst du, wolltest du den Drachen sehen? ich kann ja nur und runter her juhu einfach so am Wasserfall bleiben oh ne ich bin tot nein da bin ich runtergefallen da hab ich's nicht gepackt ich spring nochmal runter ich auch uiiiiiii juhu ist der nur bei der Challenge da? am Wasserfall ha? ist der nur bei der Challenge da drunter? er ist immer da also ich besuche den anderen Drachen, ne? den anderen? es gibt an allen Seiten den Drachen weil der mittig ist bumm und auf seinen Arsch gelandet an allen Seiten? ja weil der einfach mittig hängt ach so das ist auf allen Seiten nein und jetzt auf den Arsch landen komm 10 Sekunden springen einmal runter los los einmal runter springen einmal runter springen 5 hier komm 3 2 1 ah schade nicht mehr gespawnt aber pfff wo muss ich raus? da! alles bei mir perfekt Alter ich hab alle vor mir das ist schlecht spring 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 nicht in die Löcher fallen davon pisst euch außer auf meinem Sichtfeld das ist nicht gut wenn ich nichts sehe so ja so nein mann der ist auf auf da hab ich jetzt mein blieb etwas schlecht benutzt hat er geht mir aus dem Sichtfeld du wix scheiße ich bin aber auch schlecht in sowas, ne? unter Druck, ne? bin ich letzter, ne? wenn du in der Liste nicht angezeigt wirst, dann bist du letzter alles klar ich bin letzter, nein ich bin siebter äh mach mich hin die kleine Lütscher ich bin siebter auch wenn das richtig schlecht war Alter so, was hab ich jetzt was schwierig zu mitspielen 1068 Death Tag war das doch mal Death Tag Death Tag war das wo der eine schwarze Skelett ist und die... ah ja töten muss ich bewerb mich mal als schwarze Skelett, ne? du wohnernsohn ah ne, ich bin Runner Team geworden ok, dann hauen wir mal ab ich bin auch Runner ok ach so wenn du mir folgst ich bäsch dich runter ich kann das in der Vorbereitungzeit kann ich dich runter schlagen ich schlag dich runter natürlich wo willst du mich runter schlagen? äh, ich hab einen eingesperrt hahaha eingesperrt du Fixer Fick dich eingesperrt du Piskit Fick dich eingesperrt du Piskit nein, alter nein, lass den nicht so machen sonst kommt der doch raus zum Vogel Alter, du kannst das gar nicht komm raus da leider drück ich jetzt auch noch drauf ja guck mal, er hat echt dein Loch guck mal, für die letzten drei Sekunden hast guck mal, für die letzten drei Sekunden hast guck mal, für die letzten drei Sekunden hast uah, uah lol lol alter du bist Alpha, du bist Alpha, du bist Alpha Ding ich bin Alpha ja, du bist der erste Skled ja, du bist der erste Skled was heißt das? du musst uns bashen achso, geil geil, ich bin Alpha Skled das heißt, wenn ich dich sehe, ähm ja, eigentlich alter, alter war das schlicht alter war das schlicht Speed Alpha Skled Alpha Skled hab ich grad schon war da grad schon zu viel Adventure Mode? kann ich auch, äh kann ich auch, äh alter schnell bin ich denn? du bist schnell alter, was ist mit, was ist mit mir los? grad Dragon Escape gespielt und jetzt keine Adventure Mode Künste mehr, oder? oh mein Gott komm, die Sprünge mal hier mal in Einwash komm, die Sprünge mal hier mal in Einwash komm, die Sprünge mal hier mal in Einwash ok, doch, jetzt den mach ich wo sind sie denn alle hier? oh, fuck so, weg hier alter, da ist einer nein, 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 nein fuck Skelett fuck, ich bin Skelett, ja ok, wo sind die ganzen Runner da oben sehe ich ein ah, ok, der ist schon alter ich war am Anfang einfach mit den Adventure Mode Künsten richtig extremst schlecht schlecht war schon peinlich da oben, ich sehe einen, im, im Baum, der Creeper oben in, in so einer Ecke da, ok, haben komm wir da hoch? ja, kommst du hoch musst du über die Häuser springen kann man nicht hoch, hier kommt man hoch kann man doch irgendwo hoch, hier wixer da da, ich hab'n natürlich die texture pick, ne, sauber nice run geht doch NMGG on sauber so, wir spielen mal als erstes was haben wir da one in the one in the crever achso, das ist das ich glaub' das war das mit dem Bogen das ist das mit dem Bogen sein der One-Shot-Kills macht oh kann ich auch nicht das müsste das Spiel sein komm ich will zwischen Jumper und Jumper aber ich kann mir noch Jumper ausnehmen also ich nehm' Jumper du Regen und jumping jumpa 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 auf den Arsch gelandet jumpa 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 und rücken setz dich von dem Drachen auf den Kopf auf den Kopf Mama weil ich es nicht besser kann komm, 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 komm nein, rücken noch einmal runter, noch einmal runter drei, zwei, eins jahoo so lol, ich hab grad keinen Bogen ah, jetzt hab ich einen Bogen das war jetzt kein Fall ach komm, der war doch schlecht geschossen jawohl hab ich hier bin ich scheiße einkel hab ich schon die kam auch nicht gut fuck fuck fuck, Mama komm, du Wichser, komm, du Wichser du wurdest mega ausgewischt komm, du Kleiner das geht mach mal, ich sprinte nicht jawohl, haben nein bitch fickt euch fickt euch ihr Würste drauf lol deine Oma deine Oma warte ja, da wollten mich Leute ficken, aber die hab ich da mit dem Bogen gebummst hörst du auch so einen Drachen? ja, den hör ich auch nach, komm das hin hinter dir ist ein PvP-Kampf ach so mein Gott, du erschreckt mich nicht, ey du bummsgehend ich, lol haha nein lol jawohl, hab ich ach, komm, Crafty jawohl, hab ich nein jawohl, hab ich Mama, bitte abwischen ach, komm schweiß, guckst, zombie gepisken da fickt dich, du Hurensohn Mama, ich hab noch ein Pfeil wo steh' ich denn? ja, klar ganz weit nein, nicht mit dem Pfeil ja, klar du bist gespunnt, bam, tot ja, klar weißt du boah ja, ja ist doch gut, Leute ja, nochmal ein gebumst alter fuck you lauf nicht, ey ach komm, leck mich lol hab ich den jetzt eifigt? keine Ahnung wer sein können batz, Junge scheiße ja, batz es wird aufgeräumt aber ich hab nur sieben Kills ich hab neun ey, das dann red ich mal um lol da rennst du weg, du kleiner Pisser und ich setz grad meinen Pfeil an oh, dreckiger ja haha 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 ey, die Minecraft-Folge ist oben ey voll genau, Robert ja hast du noch was? nee muss reichen für die nächsten acht Monate haha ja, heute Abend nicht mehr, da traue ich nicht mehr sauber, Paintball oh, nö ähm, lass mal gucken, dass wir zu meinem Team kommen ja warte welches Team? ja, wo am wenigsten Player drin sind, also das ist Nether komm, in dem, in dem wir blau oh, ok das ist ja jetzt gleich you are already in Frost ja, ich kann gar nicht drauf klicken das steht bei dir drück mal rechts, drück mal rechtsklick auf Nether achso ja, nix ich joint in Nether ich bin im Nether Team you are already in Nether drück mal rechtsklick hab ich schon 3000 Mal und links tic gleich und rechts, links, rechts naja, ok also musst du unten links im Chat gucken, ne? ja, ja aber ich bin im Nether sieht man das vielleicht hier schon ja man ihr seid alles muttern ihr seid alles muttern ihr seid alles muttern ach, kann sein du hast alles mit dran denken können, du Pfosten, ey ich bin im Nether ja, ich bin hier ok, hinter oh, Sprenger oh ups hast du jetzt nicht im Ernst auf deine Flasche vorsehen? du hast jetzt nicht im Ernst deine ganze Flasche oben doch ja, meine Freunde, das wird meine Kompetenz Fick dich du musst mich heilen wo bist du? soll ich dich? ach, da soll ich dich heilen ja geht's noch ein bisschen leichter? ja hab ich dich? ja, da hab ich dich nicht gekriegt ich renne direkt in die gegnerische Front ein ja, ich entweder links oder rechts oder geradeaus er hat jetzt doch keinen Front ah, da danke einfach mal im Swamp ein bisschen stehen bleiben natürlich hält mich hier unten keiner, ne? ihr kleinen Fickskinder ich muss die blauen töten, gut schon klar, wenn du gut bist ja, ich hab einen aber wir gewinnen sollten wir geil, ich leb wieder ja scheiße Eile ich hab den einen nicht gekriegt da da bist du ah, danke wo ist der Blow? da, ich seh ihn, der hinter dir hinter mir? hab ihn hab ihn, jawoll, hab wieder einen jawoll, ich hab ihn ja vorstelle immer schön die Flasche stürfen gut kill gems werde ich nicht wirklich hier abträumen 2 gems für 1 kill, 3 gems für 1 rieb, aber für Heilung, 10 für Partition und 10 für Winning Game achso, wir spielen jetzt Runner Runner ah, Runner ist da wo die farbigen Blöcke und dann die verschwinden achso weiß ja welches Spiel ich meine ja gut guck mal, ich hab noch 16 mit Player ja würde ich nach dem Spiel die Aufnahmesession so beenden ja, nach dem Spiel sagst du ja, nach Runner nach Runner okay hüpf, 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 in den hüpf Mama, bitte kommst du abwischen oh Gott, die Map kann ich ja noch gar nicht schnell mal hier unten gucken da verschwinden schon die Blöcke ja, ich sehe auch gerade nach da, nach da, mehr nach da, ich muss mehr nach da, alles klar Ok NEIN, NEIN, NEIN �, bin ich schon auf die nächsten Plattform ne ich noch nicht dann auf, darf ich... NEIN, ich auch NEIN, ich bin in Lava, NEIN Powell der hier runterkommt ja direkt schon in Lava ja, ich weiß La tegen ya math noch Ranning, Ranning, Ranning NYN taki тем weißt du, warum das Spiel ist generally heute ineein Nein! Da bin ich die ganze Zeit gesprintet. Da bin ich auf dem vierten. Oder? Nein, nicht ganz. Ach, das doch scheiße. Gary's a hero. Ich verfolge gerade Gary's a hero. Der wird kacken. Der wird verkacken. Und er rennt. Er hält sich zacker. Da ist er tot. Ja. Ja. Er rennt um sein Leben. Und er hat es geschafft. GG. Was macht denn, wenn du nur noch ein Block übelst und breite springt, gleichzeitig auf dem drauf? Dann wird entschieden, wie er das abkratzt. Na gut, würde ich sagen, das war für die Folge. Mach du mal den Abschluss hier. Vielen Dank für die Zuschauer. Wir hoffen uns sehen in der nächsten Folge. Eventuell ist das ja auch wieder mit dabei. Sonst war es wieder alleine und Spaß. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.